um er ja hallo willkommen zurück im Minecraft Let's Play Together Part 15 und Prozent ja da geht's mit dem der Anbau also der Kirche ja wie ich grad seh reist Paddy die komplette Kathedrale oder nach Kathedrale Kapelle oder wie man das auch immer nennt ab und ich werde jetzt mal wieder reingehen und ausleuchten ja Timo und was willst du hier machen Paddy mit dem hier ja zumachen willst du ne Kurve machen ja okay ich mach warte ich komm mit der warte ich komm die Kurve die Kurve kommt die Kurve kommt bin ich Kurve ja perfekt wow perfekt genau dann mach mal hier den Schacht zu zack zu Schicht im Schacht jetzt ist hier Schicht im Schacht jetzt ist hier Schicht im Schacht warum ist hier ein Loch das freu ich mich auch immer wieder ähm das war jetzt so schlecht dass man gar nicht weiß was man da jetzt sagen soll ja man naja ähm ja im Überlebensmodus zu spielen und deswegen gehe ich jetzt auch mal hier auf den Friedhof und helft den beiden Trotteln mal Trottel und irgendwo brauchst du hier auch mal einen Eingang zum Friedhof ne sonst wärs irgendwie dumm meine Güte man soll die Blöcke nicht mit einem Kompass in der Hand zerstören wir können nicht so schnell arbeiten wir sind doch nach keiner Aussage sind wir ja dumm stimmt also lass uns mach mal hier Treppen hin kommt gerade oh komplett versetzt ah gut oh was ist denn hier los wir hatten da unten das ganze Ding weggemacht mit Gras Hallo ich na da hab ich gesehen schön in meinem Gang rein kein Problem mach da weg Heftwit ja Problem ist nur man kommt vom Friedhof nicht in die Kirche aber ist egal ne da so sieht scheiße aus mach weg da so ja man muss ja auch nicht vom Friedhof in die Kirche reinkommen oder ne muss man nicht man kommt aber von ne wär aber cool wenn der Pfarrer dann da so huuuuh Überraschung Baby das war jetzt elegant wie noch nie du hast erstmal schön die Glasscheiben zerstört ja ist doch egal das Fenster muss leider eh weg hab ich nicht ich hab die Glasscheiben nicht zerstört Galas 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 jetzt baue ich erstmal bei Gravel hin ja und ich fang mal an oder willst du das machen wie sollen wir denn die Grabsteine machen einfach Schildern ja noch gar nicht noch gar nicht okay oh der ist schlecht wartet doch mal Paddy nicht so aufregend hallo was ist wo bin ich guck guck hallo Hilfe Nidiputana ja he 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 Paddy buddere mich aus komm dabei komm dabei die sieht aus wie so ein Alien mit so vier Augen und so einer mit so einem Mund sehr hässlich aber von innen finde ich die sehr episch hm soll man hier auch noch so Fenster rein machen was schiebt der Junge sich hm 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 sag das ist genau Scheiße das ist genau Scheiße das ist genau Scheiße was machst du da Paddy ja was denn äh setz mal hier das ist der Wehchen ne ach wirklich auch die Scheiben kann man aber eigentlich lassen das fällt gar nicht so auf meine Maus sind du nicht so aggro ey nein meine Maus hängt immer die ganze Zeit da kann ich nichts wegen machen doch eine andere Mauskauf ne das ist meine Maus meine Maus weißt du die Maus der Mäuse die Maus die Sendung mit der Maus das wollte ich grad sagen das ist genau wie die Sendung mit der Maus ja Paddy war eigentlich mal wir haben hier nur noch 5 Minuten oh mein Gott also hier auf der Seite das gleiche ah ne soll hier Gravel rein? ja ich bohr schon mal hier die äh Dings fertig hier so so Familiengruppen weißt du das sind dann halt so die einzelnen Gräber Massengräber oh da kommt auf jeden ein Blümchen drauf und Schreie oh ähm so gut was wo bist du wer bist du? ja wenn du jetzt noch die Treppen richtig rumsetzen würdest ne warum hast du ja? ne sag grad so aus als ob sie anders rum hä? ach so hier vorne ne das kannst du aber nicht machen das sieht komisch aus und in der Mitte hat so einen Balken hört man eigentlich auch noch meine Maus ö wunderbärchen ebba bärchen also wie weit sind das drei und das sind ob mich nicht wir könnten jetzt auch machen wir mal jemanden zweier weg rein der steppert der die kacke aus wiederum 1 2 3 stein 1 2 3 ich weiß nicht ich glaube die selbst gesetzten blätter bleiben jetzt ja also ich fliege jetzt einfach mal so ein bisschen in und um die kirche rum damit wir mal so das endergebnis davon sehen genau und dann gucken wir mal gleich aus dem friedhof geworden ist also ich finde die von außen ultra hässlich aber von innen ist die ganz cool also äußere kann man ja noch ein bisschen verändern ja das müssen wir nicht im let's play machen das ist ja sowieso schon viel zu lang an der kirche machen wir noch einen hier so ja dann gehen wir mal rein tollen friedhof warum also irgendwie sieht das hier noch mit den treppen also ist dieser lichtback ist das aussieht also mit treppen heute anstehen so hoch ja ich fliege da mal hier in die kirche rein vielleicht spielen wir jetzt so total dramatische musik darunter das ist jetzt nicht so dramatisch ich fliege mal rückwärts ja hübsch ja hübsch ich finde das ist immer der sommer hier auf dem weg manchmal so einen baum pflanzen hat das können wir machen ich finde das sehr cool mit dem neuen licht in minecraft weil man damit sehr cool coole beleuchtung effekte machen können also das feld so cool ja das sieht nicht mehr so so gelb künstlich aus ja glaubt da oben auch noch mal größten rein ja das mache jetzt noch mal eben und dann oh ja ist mache machen wir den partner diesmal ein bisschen länger wie war mal der befehl für dingens ach für die ganz ja kein problem ok dingens ob eigentlich müssten wir auf den friedhofs und skelettsporner drauf er war jetzt lustig so wieder so lustig so elke wird ein offizieller grabstein verkäufer koppen die das ist die bei ist nicht superklasse nur diese drei die denken hier so die reichen so ein bisschen ins bild und nervt Und ich glaube... Kannst du ja auch verändern. Verändern. Du hättest die vielleicht höher machen sollen, dass die höher wachsen, dass so ganz große werden. Ja, wie willst du das denn machen? Ja, äh, Holz, 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 Baum, 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 Baum. Ja, wenn du dann per Hand machst, dann ist das aber nicht mehr so schön. So, jetzt haben wir hier so eine... Hm, naja, kann man anbieten. Soll ich sagen, was ich nicht verstehe? Dich? Äh, ich, guck mal, siehst du mich? Ja. Warum ist hier drüber so ein Dach? Dann ist hier eine Kirche nie. Na doch, hier steht der Chor, keine Ahnung. Der Chor steht meistens mal rechts oder links auf Wengen. Das ist aber eine Minecraft-Kirche, das ist halt so. Okay. So, fliegen wir mal zum Paddy. Wow. Und... Acheldi. Ja, cool. Steht der Baum zwar mitten auf dem Weg, aber... Ja, man sollte ja auch... Ja, schön. Ja. So, Friedhof fertig, zack, nächster Part. Ja, genau. Also, wir beenden den Part dann mal hier auf dem Friedhof. Den fertigen Friedhof könnt ihr euch dann ja auf dem Server angucken, wenn der dann online ist. Und ja, im nächsten Part werden wir dann mit... Nee, ohne Schieten spielen und nicht mehr in der Stadt sein. Nur mit One Hit. Also, unsere eigenen Häuser in der Wildnis bauen. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö, Tschö mit Ö und Tschö mit Ö. Tschö mit Ö.